hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play this flat zoom dem hellen modus german von mir eurem den yoshi tendo wir sind hier in der letzten welt nur noch vier level sind vor uns so mal gucken bist du die 23 na 26 ach mann möchte ich doch gar nicht ich möchte die was möchte ich dann haben 24 24 und wir suchen gerade das nächste level weil das ist jetzt hier schon ein bisschen alles versteckt da so bist du hier irgendwo in meiner nähe bist du die ich habe schon die nummer vergessen du bist 24 ich glaube da bist du doch ja 24 wunderbar levels 24 mission 24 hau warte mal zaungast spiel 8 zaungast spiel in der drehfabrik ja wieder platforming spaß und ich bin euren entstanden vielen dank dass deine scheiß habschauen das sieht interessant aus ja sehr lustig aus hier haben wir irgendwas hinter uns war wieder ein bisschen freundlicher hier das ganze ein bisschen hell mir ganz schwindelig von diesen dingern sauvat nö geht doch oder sind schwung und springen mit x darüber könnte ich aber ich möchte erstmal die balance haben so zack 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 wunderbar so was haben wir da nochmal ein paar balance hier möchte ich gern rauf wir haben gut ein bisschen schwung drauf ist ja sogar schneller als andere hm ne sind beide gleich schnell ach hier geht es weiter warte mal jetzt gibt es hier zwei punkte das ist doof ich würde mal sagen dass sie es versteckt also muss das irgendwo woanders weg hingehen ach so warum ach so für den fall dass wir uns nicht hinbekommen hat man da eine sprungschanze für hier eingebaut naja komm wir machen jetzt mal hier die richtigen männer zack wunderbar durch naja ja ok wenn man meint so checkpoint und da sind wir ein paar lustige gegner natürlich hin und tschüss so hier noch eine kiste mit rüstung bap 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 oh da ist einer mit oh die haben wir schon lange nicht mehr gesehen mit schild tot? ach egal ich geh mal weiter jetzt ist mir das nicht mehr so egal aber hallo kannst mich gar nicht sehen ich mach wieder alles voller farbe du die du die du die du so tot nein ist man nicht tot oh manno nein hä warum ach wegen dem rückstoß oh manno ja rückstoß ja ist ja ok hallöchen und tschüss war ein bisschen gewagt aber ok lass mich in ruhe hab nichts gesehen so hier kommt noch mal ein bisschen was aufs maul ist ja ok beruhig dich beruhig dich beruhig dich ok der wollte sich umdrehen hat aber auch schwierigkeiten gehabt cool da war ich ja gekommen naja da war ich ja gekommen genau genau ok man kann die töten damit das ist ganz gut zu wissen und tschüss saubere arbeit nun mal rein sag auch mal wer gleich wie captain cuttlefish sonst ist hier nichts mehr bitte nicht runterfallen danke so weil das ist hier schon enge ein bisschen enge die ganze plattform da geht es weiter möchte ich weiter möchte ich weiter ja ich möchte weiter da jetzt da ist anfangen ok so und dann ist der checkpoint das sieht auch schon sehr interessant aus da ist eine kiste da möchte ich ganz gerne hin und das wäre ja nix hätte ja sein können so dann machen wir mal hier hoch und so wunderbar da ist ein okto rekrute oben auf dem ding ist ja immer locker bleiben sage ich da genau oh das ist mein papier möchte zum papier ich darf raten da ist ja genau die gleiche platte die uns jetzt da anbringt aber warum denn nur weil man es nicht hinkriegen könnte ich muss ja oh mein gott das war knapp aber ok als wenn man den sprung nicht hinbekommt na egal wenn man meint soo checkpon ding's da haben wir schon mal papier heisst wir müssen auf nichts mehr konzentrieren oh da ist ja ein freund hallo oh da ist noch mehr freunde tschüss da ist auch nix mehr da haben wir mal ne tippenfischdose oh aua 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 oh wo ist der hin hier und hier muss ich auch schon treffen danke schön excellent finde ich auch So wie lange geht noch die Waffe? Jetzt ist das Ende. So Checkpoint. Oh da sind noch ein paar Ballons. Ach da kommen wir noch hin. Ach wir müssen da sogar hin. Ups ich hab nicht so mit Höhen. Ja du hast es echt nicht so mit Höhen. Na dann runterspringen. Und so. Okay. Ich glaube wir sollten eher mitgehen mit den Dingern. Das ist doch viel besser. Oh da unten ist der Ende schon Elektrowelsen. Das ist ja interessant. Äh. Keine absteigen. Ähh. Okay hat geklappt. So man go was ist denn okay? Ich kann ja unten noch lang. Da unten. Ach da ist ein mal nur weil es mal runterFällt. Okay. Okay wie soll das jetzt hier gehen? So schon mal nicht. Hier ist ja Glas. Kann ja auch nichts mitmachen. Ö Leoööööööööööööööööö, wie geht denn du? Wie gehst du denn? ich habe soll das denn gehe ich meine ich kann ach na klar ich muss ja einfach nur warten und ich kann hier drauf stimmt ich denke mal viel zu kompliziert so dankeschön ist hier noch was ist hier noch was ist hier noch was ach kann ja nichts mehr sein wir haben die schriftrolle schon bis auf geheime punkte wo wir uns mal was kaufen sollten ganz nicht vergessen da stehst du schon wieder auf uns was denn das so unten ach so hallöchen mein freund und tschüss jetzt haben wir aber richtig viele plattformen die sich bewegen ich darf da nicht das muss mir auch sagen spiel mein gott das fand ich fies jetzt geht das wieder weg komm behalt ich danke so bap 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 okay wir warten und hier rauf die ganze zeit die nase ist voll nervig mein gott so und so na komm schon tot jo da war nix mehr hier unten ist auch nur falls man runter fällt oder mal gucken ja falls man runter fällt na gut dann wollen wir mal darauf dafür warten wir mal kurz darauf dass es hier ein bisschen weiter unten ist zum beispiel so wunderbar dann machen wir so noch schon schnell und so und so und komm ich da hoch hallo möchte da ich darf nicht so ah okay interessant ich darf nicht so die ganze zeit drauf bleiben na gut ist ja okay dann halt noch mal also zack nein oh nervig 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 so komm schon komm ich da ein bisschen hin ey ja wenigstens da oben das ende so ganz schnell hoch ganz schnell hoch ganz schnell hoch wunderbar und hier muss ich noch mal als entfernen schnell und hoch da ach geht doch du warst anstrengend mein kleiner welz du warst anstrengend sang zaunga spiel in der dirief fabrik ich lese mal zaunga okay warum sind wir hier was ist der sinn des lebens die antworten auf diese fragen sind unwichtig vertrauen wir lieber den schicksal verbringen wir unsere tage und nächte mit einem niemals enden fest was ist ein telefon das ist ein telefon und so ein fax gerät ja mit ein paar kerzen ist ja interessant ja gut das war mission hupsala 24 das lutscht ja ausgezeichnet was kommt als nächstes erst mal kaufen und zwar das doch so jetzt können wir wir können 2,0 jetzt oder wie jetzt irgendwie was können wir jetzt schon habe jetzt gerade nicht drauf geachtet so äh von mir gerade so ausgepustet ich weiß es nicht nur weil ich einmal na egal ist ja egal äh das ist es kommt mir noch von mir aus 1500 na komm sparen wir da auf eins ist das was wir brauchen so jetzt suchen wir nochmal 25 bist du meine 25 oder führst du mich auf den weg der 25 das wäre voll cool so als wäre dieser zweier weg gedönst dann gehe ich dann mal äh gleich hier bist du die 25 ne du bist sogar eine 27 viel zu weit war das ist da unten nicht die 25 gewesen upsala mh das war doof ich hätte anlauf nehmen sollen als tintenfisch na gucken wie ich geh mal kurz dahin wo ist denn das ist das der hier äh das ist die 26 schade nein da möchte ich nicht hin ich will 25 ja ich will 25 ok mh toll erst mal jetzt wieder da hinkommen mh dann komm du nochmal her jetzt zack links bleibt die tinty hier wenn man stirbt warum komm bald ich mach die schneller hier so das da oben ist ja nicht das da ist ja nicht also können wir noch da versuchen hier hoch äh ne so nicht gleich so und so und dann hoch hoch so oh was ist das denn ok es geht einfach nur nach unten und dafür musst du meinen jetzt speichern hm ok so bist du da oben meine nummer die suche auch nicht schon die oktofluter hey oktofluter auf der jagd geil oktofluter auf der jagd naja wollen wir mal die lustigen viecher bestimmt sind die jetzt richtig schnell geworden oder irgendwie sowas naja sind sie schon die netten oktofluter oktofluter igitt ich hasse dieses oktofluter ja das ist äh ja ich glaub jeder inkling mag den nicht kann ich mir gut vorstellen schau auf das geld bei roma 3 kannst du den schüssel irgendwo sehen äh ja kann ich in der tat hallo vögelchen tschüss ok dann machen wir mal so und so und da ist mein schlüssel auch schon hallo hallo oh hallo und tschüss jetzt gehört er uns ja das gehört er wohl und hallöche mein freund ja du kommst hier nicht hin ne doof ne oh mann die beiden denn jetzt ich komm ja auch nicht mehr ich komm da auch nicht mehr hin das ist ja doof könnt ihr mal bitte ich bin weg ok dankeschön ich möchte mich hier kurz nochmal umschauen ob es hier noch was gibt aber ich glaube ja nicht irgendwie so doch da oben sind kisten aha ja siehste da gibt doch noch was und da seh ich doch auch nochmal ein paar kisten oben hallo hallo mein freund ich geh mal wieder nach tschüss naaa nicht du dann möchte ich gerne hier lang ist er ja immer noch der typ so dann nehm ich noch die kisten da oben mit hä wie komm ich denn da hoch hä ok ich muss da irgendwie hoch kommen wartet das würde mich jetzt interessieren es muss hier irgendeine möglichkeit geben da hoch zu kommen aber wie von da oben von da oben oh der hat mich gesehen das ist doof wartet haben wir gleich oder kommen wir da gleich hin wenn wir uns da hoch porten lassen das kann aus sein öö wartet da ist noch was noch mal ne kiste von da kommen wir ja aber ne wir kommen nicht hoch ist ja doof hm gut dann müssen wir das erstmal so hinnehmen so heißt halt ich geh da weg dankeschön gut dann äh gehen wir weiter vielleicht kommen wir da ja hin ja wir kommen ja sogar hin tja die machen wohl ne spritztour die oktofluter hm was machen sie wohl so zack oh jetzt machen sie echt da ne spritztour und hallöchen und tschüss so ein bisschen rüstung ist immer wieder schön so schieß mich hier nicht ab sondern ich schieß dich ab gut dann war da oben auch nichts mehr dann können wir weiter kistenmäßig dürfte hier nichts sein gut ui das sieht anstrengend aus das gebiet nach so nem container keinen schlüssel zu sehen hier auf der karte auch nicht heiß ist das irgendwo weiter hinten jetzt war jetzt der gamepad etwas nein tut mir leid da sehen wir auch nichts drauf da hat mich einer gesehen ok ja wir gehen dann mal ran vorbei oh ganz einfach oh dann geh ich halt auch da ran vorbei oh eieiei jetzt sinds aber hier ein bisschen uiuiui oh voll ist hier voll der ehrgarten ok hey da geht's nicht weiter sondern hier geht's weiter da ist noch keiner so da unten ist auch der schüssel ach nein ach man oh muss ich hier wieder außen rum ach nö komm geh da weg die stehen sich selber im weg voll lustig komm dreh dich um da dankeschön so jetzt lass mich boah du bist doch ein kackding ey mein dann mach ich da schon wieder oder ich warte hier einfach bis er kommt das kann ich auch machen vielleicht geht der weiter geradeaus nein geht er nicht war ja klar oh jetzt äh muss ich hier mich mal ein bisschen beeilen boah kann ich jetzt noch bitte mal den schlüssel da haben das ist ja gerade nervig oh dann komm ich hier ein bisschen schneller als der da ey jetzt möchte ich aber den schlüssel haben wollte ich schon sagen ey wenn da schon wieder einer stehen würde ne dann aber so und jetzt oh ich hab die schrift glaube ich hier auf dem papier sehr interessant oh nein äh ich bin tot bin tot bin tot einer muss jetzt oh mein gott ja wie wie kam ich da weg ich kam da nicht weg oh was ein käse äh noch so ein container und keinen schlüssel zu nehmen warum hab ich denn auf dem gamepad gerade ich seh die rolle ach sieht man die ganze zeit auf dem gamepad kann das sein boah hui das ist jetzt ein bisschen anstrengender hier Leute ich will mal vorstellen wir machen mal hier einen cut ja wir sind dann jetzt mal wieder mit den opto flutern hier den lustigen hey hey und bis dann sei schau in energie tendo